Jo Leute, was geht? Maru hier und damit willkommen zum neuen Video, Freunde. Wir werden heute über Film Red sprechen. Ich hatte vorweg die Möglichkeit, den Film jetzt schon zu sehen mit der deutschen Synchronisation. Ich bin mega hyped. Ich freue mich drauf. Ich werde diesen Film aber auch noch im Oktober zu Kinostadt in den Kinos sehen. Natürlich auch mit der japanischen Synchro- bzw. deutschem Untertitel. Da freue ich mich auch extrem drauf. Aber wir werden uns heute anschauen, ob der Film One Piece Red was taugt, was meine Meinung zu dem Ganzen ist. Ich werde versuchen, in dem Meinungsvideo, Leute, komplett spoilerfrei auf die Themen einzugehen. Vielleicht werde ich an der einen oder anderen Stelle was erwähnen, was man aber natürlich auch schon in den Trailern gesehen hatte. Und werde overall sozusagen Feedback zu dem Film da lassen. Und Leute, es gibt auch noch ein Gewinnspiel. Und zwar habe ich drei solcher Autogrammkarten von Film Red. Die werde ich sozusagen noch unterschreiben. Also handsigniert verlosen plus jeweils 10 Euro Amazon-Gutschein. Ich will einfach euch ein bisschen was zurückgeben, Leute, für den Support. Und ja, wie ihr am Gewinnspiel daran teilnehmen könnt, was ihr machen müsst, da werde ich später nochmal im Verlauf des Videos drauf eingehen. Wir starten jetzt so gesehen mit dem Film, Film Red. Wie gesagt, ich bin heiß. Ich habe mich krass gefreut auf diesen Film, weil ich ein extrem großer Shanks-Fan bin. Wie auch viele Leute aus der One Piece Community. Und habe mir natürlich dementsprechend Screentime von Shanks erhofft. Und diese wurde auch erfüllt. Aber es gab vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein paar Dinge, wo ich jetzt sagen würde, ja, hätte ein bisschen anders laufen können, hätte ein bisschen anders sein können. Overall erstmal zu dem Film. Man ist ja mit dem Gedanken, oder ich habe mir den Film mit dem Gedanken angeguckt, dass es ja um einen bestimmten Charakter geht. Und zwar Uta. Uta, die Tochter von Shanks. Das wussten wir ja so gesehen, das wurde in den Trailern etc. schon angekündigt. Und wir wussten auch, dass sie natürlich irgendwas mit Gesang oder sowas zu tun hat. Mein erster Gedanke war so, okay, hey, das wird jetzt à la Highschool Musical oder sowas, wo halt die ganze Zeit gesungen wird. Und auf sowas habe ich persönlich, Leute, sage ich euch ehrlich, ich feiere sowas nicht. Da habe ich nicht so Bock drauf gehabt. Aber ich muss sagen, es hat eine überraschende Wendung genommen. Also ich finde Film Red, der Film hat echt ein bisschen gebraucht, um mich zu catchen. Der Film hat sozusagen ein bisschen Zeit gebraucht, um sich aufzubauen. Ist, denke ich, normal bei den Filmen. Wobei ich sagen muss, wenn ich das mit den anderen Filmen vergleiche, ging da anfangs mehr. Aber, Leute, von Zeit zu Zeit hat der Film immer eine krassere Wendung genommen. Beziehungsweise wurde immer dramatischer. Bis hin zum Ende, wo es dann doch ziemlich traurig wurde. Und das fand ich war krass bei dem Film. Also von anfangs wirklich entspannter und einführender Musik und Gesang etc. hat sich natürlich das über den Film hinweg, also die Stimmung hat sich über den Film hinweg verändert. Und dementsprechend auch die Musik angepasst. Und das fand ich war das Gute. Also du hattest nicht immer nur ein Song nach dem anderen, so like Bollywood, wo es dann immer alles happy ist und die singen so. Sondern wirklich diese Stimmung, die in dem Film aufgebaut worden ist. Dieser Plot etc. Was da alles stattgefunden hat. Das hat sich natürlich dementsprechend der Musik angepasst. Von daher fand ich das, war das eine gute Abwechslung. Sogar für jemanden, der diese Musiksachen und dieses Gesang halt nicht so krass feiert. Und overall Leute, klar, gegen Ende hin hattest du halt wieder deinen Endgegner oder deinen Bossgegner, der halt über den Film hinweg aufgebaut worden ist, den man auch bekämpft hat. Und ich fand, das war halt genau das. Also die haben alle Elemente, die in einem One Piece oder auch in den vorigen One Piece Filmen vorhanden waren, mit eingebracht. Trotzdem würde ich sagen, unterscheidet der Film sich komplett von den anderen. Was meine ich damit? Ich fand es unfassbar schwer, diesen Film mit den anderen zu vergleichen. Ich habe den Film jetzt auch ein paar Tage sacken lassen müssen, um nochmal zu realisieren, okay, was habe ich da mir alles angeguckt? Was war da? Was ist, weil es ist so vieles passiert. Man hat so viel gesehen, was sozusagen auf einen irgendwie eingewirkt hat. Also auch so viele verschiedene Charaktere. Ich zähle jetzt nur mal auf, ich gehe jetzt mal ganz allgemein drüber, Charaktere aus der Weltregierung, Charaktere von der Marine, irgendwelche anderen Piraten oder anderen Rookies, die dann vorgekommen sind. Und dieses Zusammenspiel, wie die Charaktere miteinander interagiert haben, war auf der einen Seite logisch. Auf der anderen Seite habe ich da auch ein paar Fragen sozusagen, die sich da bei mir noch erübrigt haben. Dieser Beweggrund von Uta, wie sie gehandelt hat, warum sie gehandelt hat, was so der Background von ihr war, wurde erklärt. Wobei man da natürlich auch nicht komplett ins Detail gegangen ist. Manche Dinge hat man ausgelassen. Die wichtigsten Dinge wurden erwähnt. Was ich auch unfassbar interessant fand, war, dass im Film Dinge erwähnt worden sind, über die wir zum Beispiel noch gar nichts wussten, die aber vielleicht für den weiteren Verlauf der One-Piece-Geschichte oder Story interessant sein könnten, ohne jetzt irgendwie zu spoilern oder sowas, ging es um einen bestimmten Familiennamen. Aber auch die Gegend oder diese Möglichkeiten, gerade diese technischen Möglichkeiten, die dann in dieser One-Piece-Welt auch noch genutzt worden sind oder die existieren, hat man da und dessen ist man sich auch nochmal, denke ich, krasser bewusst geworden. Overall, Leute, ein kleines Fazit so gesehen zum Film. Also zum einen erstmal großes Respekt an die deutsche Synchro. Ich bin ja einer, der eigentlich auch überwiegend nur auf Japanisch die ganzen Animes schaut. Nicht, dass die deutsche Synchro schlecht ist, ganz im Gegenteil. Ich finde zum Beispiel Demon Slayer auch deutsche Synchro extrem gut. Aber auch bei One-Piece, ich muss sagen, wieder krass abgeliefert. Props geht da raus, fand ich sehr, sehr stark. Freue mich aber dementsprechend natürlich im nächsten Monat auch auf die japanische Synchro sozusagen, also den Film mit der japanischen Synchro zu erleben. Die Musik, es gab Songs, mit denen ich mehr anfangen konnte, es gab Songs, mit denen ich weniger anfangen konnte. Aber overall sind die ja auch extrem gechartet von der Sängerin sozusagen, die halt Uta ihre Stimme geliehen hat. Der Comedy-Aspekt, Leute, durfte natürlich auch in One-Piece-Film Red nicht fehlen. Der war natürlich am Start. Es gab die ein oder anderen Jokes, manche besser, manche schlechter. Aber man ist auf jeden Fall als One-Piece-Fan auf seine Kosten gekommen, beziehungsweise das eine oder andere Mal ins Schmunzeln gekommen. Fand ich natürlich nice. Wobei ich sagen muss, ich glaube, der Comedy-Aspekt in Film Gold, meiner Meinung nach, war glaube ich, der war am höchsten. Also hier war der natürlich auch mit vorhanden, genauso wie auch Stampede. Aber ich glaube, in Film Gold war der nochmal einen Ticken krasser. Und ich werde auch gleich nochmal die Linie zu den anderen One-Piece-Filmen ziehen und werde auch nochmal final sozusagen eine Punktanzahl geben. Aber um nochmal zu der Frage zurückzukommen, ob One-Piece-Film Red was taugt. Absolut, definitiv. Geiler One-Piece-Film. Ich würde aber nicht sagen, es ist jetzt der beste One-Piece-Film, den ich je gesehen habe. Beziehungsweise, wenn ich jetzt nochmal vergleiche mit den letzten One-Piece-Filmen, One-Piece-Film Stampede, war natürlich auch ein Film, der viel Fanservice drin hatte. Also es waren wirklich die beliebtesten Charaktere, sage ich jetzt mal, aus dem One-Piece-Universum, wurden so ein bisschen zusammengewürfelt. Und muss aber trotzdem sagen, dass mir Stampede einen Ticken, wirklich einen kleinen Ticken besser gefallen hat. Einfach weil ich mit diesem musikalischen Aspekt, obwohl er gut umgesetzt war, nicht so viel anfangen kann, Leute. Da war mir das Action-Geladene in Stampede, hat mir da besser gefallen. Natürlich ist die Action und die Animation, Leute, auch im Film Red auf gleichem Level gewesen, nur kamen die ein bisschen später so. Stichwort Animation ist natürlich auch wichtig, Leute, in dem Film. Ich finde, da gibt es nichts zu meckern. Gerade am Ende, Leute, habe ich Dinge gesehen, da musste ich wirklich nochmal zurückspulen und pausieren, um zu realisieren, habe ich das gerade wirklich gesehen, Leute. Werdet ihr verstehen, wenn ihr den Film schaut, aber da waren schon krasse Sachen dabei, sage ich jetzt mal. Und auch der eine oder andere Moment, wo du dir halt echt dachtest so, hey, was gucke ich da gerade für ein Meisterwerk an, an Animationen. Das war auf jeden Fall sehr gut. Abschließend, Leute, noch ein Kritikpunkt im Film. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging. Und zwar gab es die eine oder andere wichtige Szene oder Wendung, die ich persönlich schon absehen konnte. Beziehungsweise, wo mir schon klar war, dass dies nicht stimmen wird oder dass dies so passieren wird und nicht so, wie es dargestellt worden ist, etc. Das fand ich so ein bisschen schade, weil natürlich gibt man immer so einem Zuschauer eine Richtung und wenn diese erfüllt wird, ist es ganz gut. Aber ich konnte mir zu viel rausinterpretieren, obwohl ich davor nicht die Trailer gesehen habe und auch nicht gespoilert worden bin. Aber ich wusste so ein bisschen, okay, jetzt wird dies und jenes passieren und das hat sich dann natürlich so auch erfüllt. Da freut man sich natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber halt so ein Thema, wo ich hier ein bisschen kritisieren möchte, dass die eine oder andere Stelle halt einfach zu predictable war als One Piece Fan. Vielleicht ging es mir auch persönlich nur so. Das ist ja meine persönliche Meinung. Aber könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch eh nicht ergangen ist, nachdem ihr den Film im nächsten Monat oder wann auch immer sehen werdet. Und Leute, abschließend, wenn ich jetzt dem Film eine Wertung geben könnte, also zum einen, um nochmal zur Ursprungsfrage zurückzukommen, taugt One Piece Film Red. Was? Absolut, Leute. Gibt dem Film eine Chance. Gerade als Shanks Fan, ihr werdet den Film lieben. Geiler Film. Aber gibt dem Film auch die Chance, sich aufbauen zu lassen. Also der Film braucht ein bisschen, meiner Meinung nach, bis er sozusagen gut wird, extrem gut wird. Da braucht er ein bisschen Zeit. Wirklich eine halbe Stunde. Dreiviertel Stunde ging es mir so, dass er sich halt einfach aufbauen musste und dann halt gegen Ende einfach wirklich on fire war und peak war. Aber overall, wenn ich es jetzt mit Stampede nochmal vergleiche oder zum Beispiel Film Z, würde ich Film Red 8 von 10 Punkten geben. Ist nur meine persönliche Meinung, wie gesagt. Man ist halt auf seine Kosten gekommen als One Piece Fan. Absolut, definitiv. Aber ich muss an der Stelle sagen, es ist einfach schwer, Film Red mit den anderen oder mit den vorherigen Filmen zu vergleichen, weil er halt sich wirklich massiv abhebt. Das fand ich jetzt auch bei dem letzten Dragon Ball Film, war es ähnlich. Also ich finde, es war einfach eine andere Richtung. Die der Film gegangen ist und so war das bei Film Red. Genauso wie auch bei dem neuesten Dragon Ball Film. Dementsprechend lasst euch darauf ein. Schaut ihn euch auf jeden Fall an. Und Leute, abschließend zum Gewinnspiel. Was müsst ihr machen, um die drei handsignierten Autogrammkarten zu Film Red von Uta zu bekommen? Natürlich handsigniert von mir und ich lege noch jeweils einen 10 Euro Amazon Gutschein mit dabei. Zum einen, Freunde, ihr müsst Abonnent des Kanals sein. Denke ich ganz klar des YouTube Kanals. Es hilft euch natürlich, wenn ihr mir auch auf den ganzen anderen tausend Social-Media-Kanälen folgt. Und lasst einen Kommentar da, was euer Lieblings-One-Piece-Film ist und wieso. Dann werde ich drei Teilnehmer raussuchen. Das ganze Gewinnspiel läuft ein bisschen länger bis Ende Oktober, weil der Film natürlich auch erst Mitte Oktober in den Kinos startet, Leute. Dementsprechend bis zum 31. Oktober 2022 läuft es. Nimmt auf jeden Fall die Chance mit. Nehmt daran teil. Einfach eine Kleinigkeit zurückgeben. Autogrammkarten, 10 Euro Amazon Gutschein. Und in dem Sinne hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, wenn ihr den Film gesehen habt, gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ja Leute, in dem Sinne mal ein etwas anderes Video. Meinungsvideo zu One Piece Film Red. Wie gesagt, ich bin gespannt auf die japanische Synchronisation im nächsten Monat. Auch generell das nochmal auf der Kinoleinwand zu sehen. Ist halt nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Vor allem mit kompletten One Piece Fans. Und ja Leute, wird geil. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Mautoxi. Ciao.